Heute spielen wir Minecraft im Baby-Mode durch. Ob wir es schaffen, seht ihr in diesem Video. Lasst unbedingt eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal und es ist noch viel Spaß mit dem Video. Okay, wir spielen heute den Baby-Mode. Solltet ihr euch sowas gefallen, lasst unbedingt ein Like da und abonniert den Kanal. Weil ich den Kurs von den 100 Abonnenten und wir haben hier eine Chat-Nachricht bekommen. Und ich schreibe, give me some blaze words, give me some enderpads, blaze words plus words ist gleich. Also das hier, ne? Und ich habe angeblich schon den anderen Sachen besiegt. Da steht, I will destroy you. Und dann habe ich ein No U. Und das bedeutet, ja, ich muss jetzt Minecraft durchspielen. Und ich habe hier schon irgendwie gesehen, dass da keine Pumpkins sind. Die werde ich mir... Nee, okay, nicht. Die werde ich mir eigentlich mitnehmen. Aber okay, Leute, ich habe jetzt eigentlich eine Host-Pickets gekauft und die wird sofort krass entschärkt. Okay, ähm, dieser... Dieser Modus ist auf jeden Fall overpowered. Also, ich weiß nicht, warum, aber... Ja. Also, besser kann es auch eigentlich gehen. Und ich habe so viele Netto-Hight-Scrips und, ne? Also, versteht mich jetzt nicht falsch, aber... Das war jetzt eigentlich komplett unnötig, aber, naja. Hm, warum bin ich jetzt schon nett von Netto-Hight-Scrips und verzaubert? Und mit Shailor sieht es auch geil aus, ja. Ähm, ja. Und bei feindlichen Kreativungen kann ich einfach laufen. Also, ich habe ich mir schwer useless gekauftet. Hm. Also, ein Pillager-O-Post. Ähm, da würde ich schon mal gerne hin. Und ich weiß nicht, warum es gerade zu lex. Leute, wir haben Kürze. Also, könnten wir eigentlich rein, hier würde ich schon mal ins End gehen, ne? Ich weiß nicht, ob so ein paar Sekunden-Video so toll ist. Also, das Video geht ja auch nicht lang, ne? Also, möchte ich auch irgendwie noch in den Nether. Also, ich will auch wirklich nichts sagen, aber... Da hätten sie mal die Kürbisse und hier ist ein... Ja, was, ey. Und da hätte ich zum Lodbortel und ich gehe erstmal zum Lodbortel, weil... Ich will das Lied... Also, ich will es nicht sagen, aber... Ja, heute wird mal kein Lodbortel gegossen. Oh, natürlich. Ist das geworden? Okay, ähm... Zu Endermans will ich auf jeden Fall auch noch... Hey. Warte, jetzt mache ich das Monster. Okay. Also, ähm... Eine Festung. Und ich habe gerade noch gesagt, ein Laisstum auf Twitch. Na, geht vorbei schon. Einmal gesagt, dass die Festung nicht gewinnen ist. Ich habe eine Festung. Ja. Ich will nur das Blaise spawnen. Okay. Ich habe eine Idee. Also, ich... Ich könnte mich alle für verrückt erzählen, aber ich möchte heute... Ja. Nach dem Mütter besiegen. Ich weiß nicht, ob das gelandet... Ähm... Weiß ich mal, was los ist, also... Ich habe... Trittes, oder? Ey, das liegt gerne an der Welt. Ne. Das kann doch nicht sein. Also, das liegt doch safe daran, ne? Es ist wo. Ey, das kann doch nicht sein. Ne, das kann nicht sein. Ne. Okay, wieder da und werfen. Okay, wegen der Chat sehe ich das nicht. Danke, Chat, auf jeden Fall. Also, ja. Leichter kann es doch nicht sein, das Tor heute finden. Als heute. Und es ist mir sogar egal, ob ich die in den Augen verliere. Weil ich kenne ja eh welche. Das sieht so aus, als ob ich halt Bote kackt. Das ist ja... Das sieht halt actually so aus, als ob ich halt wirklich Bote kackt. Ey, das sieht so widerlich aus, ne? Von allem, das Brot ist noch braun. Okay, wir haben den Zone halt gefunden. Ähm, es war gar nicht viel Arbeit. Und, ja. Ich bin also frei, noch im End einen Wörterkampf zu machen. Ohne... Alle Gorn... Ne. Was für andere Gorn? Ohne... Alle in Wasser töten eins. Taktik. Yeah. Also, das Tor heute wäre den Endportal gefunden. Aber ich muss es nur kurz anzünden. Mein Nether-Ding in der Oren. Äh. Okay, es kommt eigentlich ultra gut. Aber ich habe irgendeinen krassen FPS-Trop. Oh Gott, ich hasse es mir so, wenn ich FPS zu spielen. Wart, hier ist hier unsere Festung. Okay. Jetzt. Wow. So, erstmal alles schon laden lassen. Zack, zack, zack. Ich habe zehn Pfeil. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Ich ziehe lieber mal mein Händchen auf, mein Schutz. Warte mal. Wir haben... Okay. Dann haben wir einen anderen Enderdrachen. Okay. Ach, das ist der Baby-Mode. Stimmt, ja. Oh, wir haben gerade mit uns alle Endposter gespielt. Und darum bin ich mir komplett anders zu spielen. Aber... Also, man, lieber halte ich kurz hier wieder. Und das ist schon wieder tot. Ja. Naja. Ach, ich habe gleich vergessen. Naja, ich finde das war es auch für ein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass gerne positive Bewertung da. Abo den Kanal, wenn es noch nicht geschehen hat. Bis zum nächsten Mal.